Achtung, die Gefangenen sind eingetroffen. Wachen, Gewehre im Anschlag. Vor 1000 Jahren verließen erste Siedler die Erde. Für meine Geburt war der Planet X-T59 vorgesehen. Im Morgengrauen wird euer Urteil in Kraft treten. Wir schenken euch das Leben. 300 Kilometer östlich erwartet euch eine Oase. Die Insel des Glücks. Die Vollstreckung des Urteils beginnt in dieser Minute. Ihr habt 21 Stunden Zeit, um vom Festland zu verschwinden. Wer es nicht schafft, wird vernichtet. Der Sumpf verschlingt euch. Wir zwei, ich und Christi, wir riskieren es. Ihr wollt also im Sumpf verrecken? Warum hast du mich gewählt? Du hast doch gewählt. Praktisch alles ist berechenbar. Du Rechenkönig. Willst du überleben? Willst du oder willst du nicht? Sie wollten Millionen retten. Retten Sie wenigstens die eine. Erwin! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020